Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Re-Infected. So, wir sind echt jetzt bald fertig mit dem Haus. Nur noch Pflanzpötte oben und innen. Ich habe hier zwischen den Folgen nur mal da angezeichnet, dass die Balustrade... Ja, das tragen wir noch schnell mal rauf, dass die Balustrade hier und hier herkommt. So, dann holen wir uns schnell noch, aber wirklich schnell jetzt, ein wenig Holzschäte. So, und bald haben wir es. Meine lieben, bald haben wir es. Ist das schön. So, hier und hier und hier und ja. Einmal noch, komm. Bäm, super. So, alle da rein. Bald ist alles fertig. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon, weil dann ist unsere Base hier fertig. Wir haben sogar Photovoltaikmodule dann. Gut, die werden wir noch schmelzen müssen. Also schmelzen, das Metall dafür schmelzen. Vielleicht bauen wir uns da sogar einen dritten... Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das unser Stromnetz wunderherrlich erweitern. Es ist so super. So, mit dem Ganzen mal rauf. So, hier und Bäm. Jawohl, die nächsten drei Stämmchen. Jetzt geht es aber los. So, hier eines noch. Schauen wir da mal rein. Nö. Haben wir da was reingeworfen? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. So. Und da oben brauchen wir noch... Da brauchen wir noch viel. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, und das Wetter motiviert mich natürlich, Pflanzpötte aufzustellen. Oh, ja, können wir auch gleich die Fenster einsetzen. Super. So, Pflanzpötte. Das wäre echt ideal jetzt. Jetzt, wo es regnet. Vielleicht sollten wir das vorziehen. Vielleicht sollten wir das tatsächlich vorziehen. So, wir werden das machen. Ich hole mal die Brettchen. Brettchen, Brettchen. So. Mal schön die Brettchen holen. So. Bis das Inventar voll ist. Ja. Oder, oder, oder. So, Brettchen. Oh Gott. So. Was haben wir da? Oh, ja. So, können wir was essen? Ja, das zum Beispiel und das zum Beispiel. Und das da können wir auch essen. So. Passt. Jetzt laufen wir mal raus. Rauf und machen uns Pflanzpötte. So, Platziber essen hier. Eher hier. Ich würde da gerade herstellen. So. Eins. So, dann zwei. Drei. Vier. Fünf, sechs. Ich würde tatsächlich sechs solche Pflanzpötte hier aufstellen. So. Ja. Muss, muss jetzt nicht perfekt sein. Oder? Nö. Muss, muss nicht. Muss, muss, muss. So. Und an den Rand stehen wir platzieren. Hier. Ja. Das da. Eine Küste. Genau. Damit wir etwaige Baufehler verdecken können. So. Und Bäm. Und hier auch gleich. So. Noch mehr Brettchen, Brettchen, Brettchen. Da haben wir Gott sei Dank hier noch welche. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Dann hier. Und hier. Oh, jetzt fehlen uns wieder welche. So. Wir werden mal hier setzen. Das da. Und normale Melone hier. Dann haben wir hier die Gorke. Und hier den Mais. Wunderbar. So. Jetzt holen wir uns noch mehr Brettchen. Brettchen, Brettchen. Hallo. Hier die Brettchen bitte. Dankeschön. Hier machen wir gleich mal. Da, da und da. Da, 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 da. So. Da können rein. Kartoffel, Kartoffel. So. Acht Brettchen fehlen noch. Eins, zwei, drei. Ich glaube, wir haben genau um ein Brettchen zu wenig. Okay. Auf das eine warten wir noch. Bam. Super. So. Rauf geht's. Brettchen, Brettchen. Super. So. Und was setzen wir da rein? Noch eine Melone. Ja. Warum auch nicht? Oh, da ist sogar noch Wasser drin. So. Hier rein kommen Samen. Warum kommen da Samen rein? Na, falls wir mal wieder hier herkommen, haben wir hier gleich die Samen drin. Sehe ich da gerade die Tür? Die braucht ja auch noch ein Brett. Ein Brett die Tür. Das Brett die Tür. Bam, bam, bam. So. Das Brett die Tür. Ja. Super. So. Das Zeug hier müssen wir auch noch aufbauen. Dann ein paar Stämme nehmen. Und ein paar Brettchen werden wir brauchen. Na, 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 na. Na, 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 na. So. So. Brettchen, Brettchen, Brettchen. So. Dann haben wir hier noch. Und hier noch. Den kriegen wir da drauf. Super. So. Das Schwein töten wir gleich. Weil es geht. Hallo Schweini. Entweder lass dich reiten oder töten. Yeah. Oh, ja. Da, da, da. So. Oh, ein Stein. Oh, wie geht es denn da drin eigentlich? Aha. Okay. So. Könnten wir auch gleich. So. Ja. Wenn wir da schon sind. So. Dann haben wir hier mal ein Brettchen. Hier mal ein Brettchen. Und hier mal ein Brettchen. Super. Jetzt brauchen wir nur noch ein Holzscheit. Und hier haben wir vier Holzscheite noch. Dann haben wir das auch erledigt. So. Wir machen mal hier die Tür zu. Werfen da mal rein. Mechanikteile. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So. Oh. So. Dann nehmen wir die dreimal. So. Und da fehlt, glaube ich, jetzt nur noch einer. Und den haben wir durch Zufall. Hier, durch Zufall, haben wir den da liegen. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, wie schön. Wir nehmen jetzt das Bettchen. Das kommt nach oben. So. Hier, da, und los. Oh, wie schön. Ah. Jetzt haben wir ein Bettchen oben. Oh, wie cool. So. Das drehen wir da so lang, bis wir es eher stehen können. Oh, wie cool. Oder? Das ist doch super. So. Herrlich. Herrlich. So. Und jetzt bauen wir uns noch, warte, ich hole noch eine Fuche Holz. Die Holzkameraad. Die Holzkameraad. So. Das kann nämlich sowieso nicht schaden. Ähm. Da liegen noch drei rum. Die nehmen wir mit. Das Holz ist verflucht. Nö. Ich glaube, das liegt aus der folgenden Folge. So. Dann hier. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. So. Den kann man nicht fällen. Doch. Super. Bam. Und einmal noch. Ja. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Den da dazu. Die nehmen wir auch aus dem Wald heraus. Na. So. Und legen sie hier ab. Da haben wir da einen schönen Holz drauf. Und da können wir dann später wieder zurückkehren. Oh. Ist das nicht cool schon da oben? Oh yeah. So. Und natürlich können wir dann da oben noch ein Vordach machen. Und, und, und. Aber das werden wir natürlich alles nicht machen. Nö. Mir geht es jetzt darum, die drei Photovoltaik-Teile hier einzubauen. So. Zu diesem Berufe schlichte ich jetzt den Wagen mal ab. Dann holen wir uns Steinchen. Steinchen, Steinchen. So. Didi-didit-tang. Didi-didit-tang. Och komm. Ich war gerade so in Action. Junge Dame. Oh. Die könnten wir uns gleich mitnehmen, die Steine da. Ja, junge Dame. Kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie. Sterben Sie. Sterben Sie. So. Da waren wir bei. Ja. Gleich hier. Die Steinchen. Und, bam. Jawolle. So, gleich hier, gleich hier, gleich hier. Ui. Ui, ist das schwer. So, zur Warnung für alle anderen. Das Leder wieder abwerfen. So, weil das Leder brauchen wir echt nicht. Also, echt nicht. So, da haben wir noch Fett drin. Da ist 25 Fett. Da braucht man da auch keins mehr. So, alles mal hier rein. So, was können wir da einheizen? Halbieren. So, super. Geht schon. Super. Geht schon. Ach, wie cool. So, wir sollten noch das andere Holz auch abholen. Na, 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 na. Wir haben es bald, meine Freunde. Wir haben es bald. Super Base. Jetzt haben wir die doch noch ganz schön ordentlich ausgeweitet. To the Base. To the Base. To the Base. So. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. So, und nur noch ein paar Photovoltaikmodule. Und die dienen uns ja auch zu und zur Versorgung unserer Hauptbase. To the Base. To the Base. So. So. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Die Gorken nehmen wir natürlich mit. Jawohl. So, und weil wir gerade da sind, nehmen wir den Stein auch mit. Wir nehmen ihn ab. Da, 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 da. Hochsommer. Im Hochsommer die Base bauen. To the Base, to the Base. So. Da, 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 da. Und irgendwann können wir natürlich auch zu den Krokodilen schauen dann. So. Das kommt weg. Das kommt weg. Das wird gegessen. Das wird gegessen. So. Dorst können wir trinken gleich. Das wird gegessen. Das wird gegessen. Und das wird auch gegessen. Super. So. Und back to the Base. Back to the Base. Back to the Base. Da, 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 da. So. Würde ich mal sagen. Eins, zwei, drei. Ach, alles super. Alles super. So. Dann gehen wir mal rein. Hier müssen, ja. Hier ist schon der Schmelzvorgang am Start. So. Super. Dann haben wir hier. Und hier. Da, 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 da. So. Platzierbar. Lager hier. Ja. Eikiste. Eine Kiste. So. Die braucht natürlich jetzt acht Bretter. Natürlich. Natürlich. So. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Acht Bretchen. Nein, ich glaube das acht. Egal. Egal. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Oh ja. Wir schleppen uns vor. Wir schleppen uns vor. Ja. In dem Zusammenhang. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Ein Wolf wieder mal. Ein Wolf wieder mal. Ein Wolf wieder mal. Nein. So. Das Trockenfleisch, wenn wir abnehmen und unseres dann dazuhängen. Das müssen wir natürlich noch befüllen. Ja, ein drittes, ein drittes Waffengestell brauchen wir echt nicht. Echt nicht. Super. Dann haben wir das für da drin. Wie weit sind die? Oh, die sind ja auch schon weit fertig. Weit fertig. So, da kommt das rein. Das, 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 das. Da, 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 da. Super. So, was haben wir da drin? Da haben wir jetzt noch das kommt raus. Das kommt raus. So, von denen werden wir die auch rüberschlichten. Dann haben wir da Bio-Zeugs drin. Zum Beispiel das da. Nö. Das da. Nee. Nö. Jetzt aber. Hier. So. Da, da, da. Da, da, da. So, dann hier. Das ist so schade, dass man es auch nicht mit dem gleichen System rauskriegt. Aus den Kisten. Das, das wäre, das wäre schon gut. Das wäre schon gut. So, das Sand kommt auch raus. Gut. So, dann kommen diese, nein, das Feuerzeug, das brauchen wir bei uns. Das ist unser Feuerzeug. So, das kommt daher. Super. So, dann haben wir hier. Warum auch immer. Keine Ahnung. So, wir schauen mal da. Oh ja. So. Super. So, dann kommt da rein, 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 da, 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 da. So, das kommt ganz nach unten. Sand und Lehm legen wir daher. Ziegel werden wir hier wahrscheinlich nicht machen, aber wegwerfen will ich die Ressourcen natürlich auch nicht. So, wir übersehen nun den Brettchenständer. Hier ist Brettchenständer, Brettchenständer. So, der kommt nämlich hierher. Brettchenständer, Brettchenständer, da kommen die Brettchen rein. Dann haben wir hier einen Stickyständer, ob der leer wird oder nicht, sagt uns dann das Licht. So, bam, super. So, dann haben wir hier einen Feuerholzständer. Feuerholz, natürlich könnten wir den hineinstellen. Das wäre schon ganz sinnvoll, zielführend und so weiter. Aber. So. Den ein bisschen rüber dann. Aber das wird sich alles ergeben. So, dann haben wir noch Holz. Wir holen eine Fuhre. Wir holen eine Fuhre. Genau. So, abstellen. Ja, da hinten ist Mais. So. Ja, dann holen wir uns mal. Ach, der Wolf ist schon wieder so nah. Er ist so nah. Oh mein Gott, das war so klar. Der Wolf ist wieder nah. Ja, und die beiden. Wunderbar. So, läuft mir irgendwas nach? Ich habe so das Gefühl. Oh, doch. Ein Wolf. Es war ein Wölfchen. So. Ui. Er lief mir nach. So, als Warnung für die anderen. Wobei, jetzt können wir es probieren, dass wir es reinlegen in die Kiste. Könnte man. Wenn wir wollten. So. Das können wir nämlich verheizen eigentlich. Das werden wir auch verheizen. So. Die Federn da her. Dann haben wir das da. Und das da. Fetten. Knochen. Samen. Das ist gut. So. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Fragment. Fragment. Oh, ich glaube, wir sind es echt weit. Oh, meine Freunde. Super wird das. So. Wir schauen mal. Ob der Kühlschrank drüben läuft. Ja, er läuft. Er läuft. Super ist das. So. Ja. Mich stört das hier. Das müsste alles sortiert werden. Also zum Beispiel. Das gehört hierher. Das gehört hierher. Das da. Das. Na. Das gehört da. Das gehört da. Hollerie und Holleran. So. Und das da her. Zum Beispiel. So. 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 Und hier. Zum Beispiel. Hm? Ist ja gleich viel besser. Sieht doch gleich besser aus. So. Ist bald fertig. Wir nehmen noch das Kopfer mit. Ah. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Und wir noch Zeit haben für eine Fischlampe. So. Da fehlen noch drei Eisenbahnen und Mechanikteile. Bei dem hier. Super. Alu. Fertig. Eisen. Okay. Und hier. Zwei Alu. Da fehlen noch drei Alu. Oh. Und die wachsen so schön. Super ist das. Ah. Wie spät haben wir es denn? Ah. Zehn am Abend. Haben wir noch Zeit in dieser Folge? Klar. Haben wir noch Zeit. So. Dann werden wir die. Ah. Mal befüllen. Yeah. So. Und hier machen wir unseren Holzlagerplatz. Den Holzlagerplatz. Na. Kommst du mit? Danke. Und hier machen wir unseren Holzlagerplatz. So. Und. Zwei. Oh. Oh. Ein Stückchen. So. Dann haben wir hier noch drei. Und da würde ich tatsächlich, auch wenn es vielleicht komisch wirkt, dann hinten die Schreinerbank. Aber ich würde nur eine behalten wollen. Wir brauchen keine drei für die komplette Base hier. Das ist viel zu groß, viel zu umfangreich und vor allem das Ziel ist ja hier diese Base nur eine Notfall Base zu haben und im Winter eventuell Krokodachseln zu jagen. So. So. Ursprünglich entstanden aus dem Test funktioniert es mit dem Stromnetz von überall nach überall. So. Schlöckchen haben wir noch. So. Wir werfen das mal ab. Ernten. Ernten. Super. So, und das kommt daher. Da nehme ich noch Platz für eines. Super, super. So, ob man das Trockengitter dort lassen oder nicht, werden wir sehen. So, hier können wir gleich mal das einlegen. Oh ja, oh ja. So, Fragmente, Fragmente. So, und das war jetzt mal auch gleich. Wunderbar, wunderbar. So, Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen und Fragmente. Fragmente, Fragmente, Fragmente. Ach komm, jetzt war ich gerade beim Fragmente. Ui, ich lauf dir nach. Oh, jetzt aber. Stöckchen. So, apropos Fragmente, da haben wir uns welche gebracht. Auch das ist gut. So, ja, hier gibt es verdammt viele Wölfe. Verdammt viele Wölfe. Und Füchse. Ja, bei Füchsen muss ich sagen, da habe ich schon ein wenig mehr Respekt. Die Wölfe, ja, die sind aber auch hübsch. So. Wo auch immer es, ich will es gar nicht wissen. Ist das nicht lieb? Oh, ist doch lieb. Süßes Häuschen. Das Hütchen am See. Das Hütchen am See. So. Oh ja, verbinden. Natürlich. So. Also, wenn wir hier noch ausreichend Alu haben. So. Und wir schlichten das dann mal hier. So. Hier, Stöckchen. Die können wir nachher wegwerfen oder was auch immer damit tun. So. Fragment. Ja, komm, schlicht mir das auch weg. Also. Kopfer, Kopfer, Kopfer. Hier haben wir Eisen, Eisen und Eisen. So. Was brauchen wir? Wir sind es gleich. Ach, meine Lieben, wir sind es echt bald. Kupferwarenbrettchen. Super. Dann bauen wir uns die noch. So. Die brauchen Brettchen, Kopferwaren, Eisenwaren. Brettchen. Brettchen, Brettchen. So. Schauen wir mal, wie viele wir noch brauchen. So. Vier Stück. Vier Stück. Super. So. Und jetzt noch zwei Eisen, zwei Kupfer. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Ach, super. Super. Läuft. Toll. Gefällt mir. Ausgezeichnet. So, das kommt daheim. Und zwar, jetzt kommt der da. Den stellen wir da mal daneben hin. Wir brauchen eh weniger Aussicht. Und hier kommt ein dritter Ofen hin. Ja, weil sonst dauert das einfach zu lang. Wir brauchen hier definitiv zwar keinen dritten Ofen auf Dauer, aber im Moment brauchen wir den. Im Moment brauchen wir den einfach. So. Wir nehmen uns die ganzen Steinchen mal hier raus. So. Und schauen wir mal. Können wir den schon? Können wir den schon? Ah, drei noch. Super. So. Was verheizt man jetzt? Ach komm. Wir werfen ein Stückchen. Stückchen werfen. Ja. Wenn das der Wolf sieht, kommt er gleich. Und will sie abortieren. So. Dann haben wir hier. So. Und so. Bäm. Na. Das mal da rüber. So. Wie weit sind wir hier? Okay. Dann würde ich mal sagen, wir legen uns mal hin. Dann können wir das da ablegen noch. Bäm. So. Wir legen uns mal hin. Moin, davon machen wir weiter. Ja, ja, ja. Ah, bin ich aufgeregt. Da hätten wir auch noch Platz. Für irgendwas. Ah, wie schön. Ah, und schon wieder haben wir Überlänge. Aber es ist halt so. Es ist halt so. So. Sehr schön. Sehr schön. Der Regen ist noch da. Er hält permanent an. So. Wie sehen wir hier aus? Ich würde mal sagen, mit Wasser ganz gut. Und da ganz gut. Oh, wir müssen das Fleisch aufhängen. So. Dann nehmen wir eins, zwei, drei. Und hängen drei Stück auf. Eins, zwei und drei. Super. So, das werden wir gleich essen. Wegen Protein. Und so. So. Dann. Ah. Jetzt haben wir links oben Essen stehen. So. Und weg ist es. Schmutziges Wasser. Jawohl. So. Das kommt daher. Das kommt daher. Später wegen den Kohlehydraten. Jetzt können wir das mal essen. So. Wir brauchen einmal Holzscheit zum Anzünden. Holzscheit zum Anzünden. Ich nehme gleich zwei mit. Upsi. So. Hier. Bäm. Und drauf tun. Da da. Da 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 da. Oh ja. Und bald ist es sauberes Wasser. So. Die lassen wir vorerst noch daschen. Ach so. Verdorbenes Essen. Okay. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. So. Dann haben wir da noch ein paar Fragments. Ich freue mich schon so, wenn die Photovoltaik-Module fertig sind. Nein. Da gehört das rein. So. Und jetzt haben wir auch drei Öfen. Da läuft es auch gleich besser. Hätte ich mir Kohle mitnehmen sollen. Es geht ganz gut mit dem Heizmaterial. Ich denke schon. So. Dann das. Das. Und das. Oh yeah. Super, Renz. So. Wir übersiedeln diese Dinge hier. Und zwar. Lassen wir uns eine oder zwei da. So. Eine mal hier. So. Und die zweite. Stellen wir auch so daneben hin. Weil wir können schon noch eine dritte da stehen lassen. Aber brauchen. Brauchen, meine Lieben. Brauchen tun wir es nicht. So. Und. Bam. Und zwar da drei stehen. Ob das wirklich nötig ist oder nicht. Das sagt uns dann. Das Licht. Oh, der Wolf ist hinter uns her. Oh mein Gott. Wo ist er? Da steht er. Bam, bam, bam. Da, da, da. Oh. So was aber auch. So was aber auch. Da, 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 da. So. Wir müssen, wir müssen Material holen. Verdammt. Wir müssen weiter einschmelzen. Da, 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 da. So. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Und hier. Da, 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 da. Super. So. Och komm. Ich wollte doch gerade. Och meine Herren. Da ist sie, die Dame. Boah, ist das schön geworden. So. Das ist schön geworden. Natürlich hätten wir den Balkon da um eins noch vorziehen können. Und dann da so rum. Umlaufend in die Richtung. Aber. Ach Gott. Alles. So. Knochenspeer. Blah. Da, da, da. Da bräuchten wir auch bald wieder einen. So. Da sind fünf drin. Dann nehmen wir das da raus. Das da rein. Und da, 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 da. Denn so soll die Sache sein. So. Dann kommt das hier. Und das hier. Ist das cool. So. Super. So. Das kommt da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Die fetten kommen da auch rein. Ja. Leider haben wir für die Seile jetzt keinen Platz. Oh je. Dann nehme ich mal das raus. Das da rein. Das ist mir lieber, wenn es da ist. So. Baust du hier noch einen Zaun? Nö. Zaunbau nicht. Nein. Zaun. Nein. Ernsthaft. Nein. Also. Nein. 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 Das machen wir nicht. Nein. 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 Da kann ich Stöckchen werfen. Warum? Weil es geht. So. Hier wollten wir noch zwei Eisenbahnen, zwei Kupferbahnen. Und dann sehen wir es aber auch schon. So. Super. Wir gehen nochmal Steine klopfen. Ah. Stein. Wir holen uns keinen Lehm, sondern richtigen Stein. Der Stein. Der muss es sein. Bei 33,8 Grad. Da würde ich jetzt auch gerne Steine klopfen. Hm. Naja. So. Dann schauen wir da. Da, 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 da. Super. Gewicht. Geht. Oder? Geht so gut, dass wir da nochmal können? Ja. Wir können. Yes, wir können. So. Haben wir das hier. Das hier. Oh ja. Stein, Stein, Stein. Da, da, da. Da, 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 da. Und der Fuchs. Ja, ist schon wieder da. Hollerie. Tollerer. Oh, ein Stückchen. Oh, ein Scheinchen. Ach. Der eine Stein war zu viel. So. Aber eigentlich könnte ich auch das da essen und das da essen. Ist da noch was drin? Das können wir auch essen. Dann holen wir uns mal. Da, da, da. So. Getrocknetes Fleisch. Da hegen wir das vom Wolf drauf. So. Und sauberes Wasser. So. Und weil es gerade so schön kuschelig brennt, ein Stückchen werfen. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Super. Oh, ist das cool. Ist das cool, wie das hier jetzt vorangeht. Ah, super. Du hättest vorher schon drei Öfen machen müssen. Ja, ja, ich weiß. So. Dann haben wir hier noch und hier noch. Ja. Wahrscheinlich liegt der jetzt draußen vor der Tür. So. Da die ganzen Steinchen rein. Für Reserve. Super. So, das Fragment kommt da rein. Da, da, da. Da, 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 da. So. Wir haben nur noch drei Aluminium. Yeah. Aluminium ist fertig. Done. Aluminium done. So. Da sind auch alle drin. Ja, da sind auch alle drin. Alle Aluminium sind drin. Und wir haben noch immer auf Reserve. Wir haben noch immer auf Reserve Aluminium. Da, der Erzekasten. Yeah, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir alles nicht mehr. Das ganze Alu. Frage ist natürlich, ob wir es da lassen. Oder, oder, wir können natürlich auch zusätzlich noch einen, eine Wasserflasche zum Beispiel hierher legen. So. Und da. So, ist gleich fertig. Laufen mal raus und schlichten mal die, oh, ein Stein. Und schlichten mal die Hölzer fertig ein. Da, 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 da. Da, 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 da. Aber du brauchst doch keine Bretter mehr. Wer weiß. So. Da, 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 da. Oh, ein Stein. Den will ich mal holen. So, Stein. Dankeschön. Ein Stein. Ein Stein. Da, 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 da. Oh, ist das super. Endlich mal sind hier überall Steine und man muss nicht ewig weit laufen, damit man hier Steine sammeln kann. So. Das ist schon cool. So. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Ja. So. Das raus, das rein. Das raus, das rein. So muss das Spielchen hier auch sein. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Hier und hier. Super. Jetzt könnte ich es da auch einfüllen, aber, aber, jetzt gehen da so. Oh, ja. Nur noch die Mechanikteile. Nur noch die Mechanikteile bei dem hier. Oh, ja. Oh, wir sind wirklich, wir sind auf super Weg, meine Lieben. Auf super Weg. So, dann holen wir gleich mal mit dem Wagen neues Holz. Cool. Wir brauchen cool. Es brauchen. Aber, kann ich schaden. So. So, super. Und, bam. Sehr gut. Da, 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 da. Da, 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 da. So, und den Kleinen da auch noch dazu. Dann haben wir nämlich den Wagen voll. Oh, ist das Häuschen schön. Ist das schön. So, meine Lieben, ich glaube aber, jetzt wollen wir einen Durchlauf noch machen. Das ist doch echt hübsch hier. Unser Haus am See. Und dahinter geht schon ein Wambi. So, dann rufen wir vielleicht zu unserer Party. Hey, Wambi. Wir haben ewig schon nicht mal geschossen. Ein Schuss. Ein Treffer. Ich bin auch froh, dass der Bogen nicht verzieht. Oh, der Knochenpfeil. Der Wambi. Nein, nicht den Lehm. Oh, das wäre es jetzt gewesen mit dem Lehm. Ja, aber du könntest ja noch Ziegeln machen. Ja, das wäre, das wäre, also, würden wir hier noch weiter länger bleiben wollen, würden wir natürlich auf Dauer das Ganze aus Ziegel machen und so weiter. Aber ich möchte wieder zu unserer Base zurück. Zur Homebase. Zu der Homeland. So, dann können wir inzwischen wieder mal was trinken. Wieder mal was essen. Super. So, dann schleifen wir uns nach Hause. Ja, okay, ich werfe es. Ich bin ja nicht so. So, so, so und so. So. Da, 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 da. So, das runter, das rein, das runter. So soll es sein. Oh, wie cool. Aber das ist schon, das ist schon toll. So. Und hier auch noch. So. Super. Jetzt können wir da natürlich schon... Oh, wir haben die Opfer. Ja, 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 ja. So, wir holen uns noch die Steinchen, die, die wir liegen lassen haben. Na, 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 na. So. Dann haben wir hier noch. Da, 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 da. Oh, oh, ein Stein. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. So. Oh. So. Und die zwei noch. So, der Wagen ist leer. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. So, wir könnten da noch einen Ofen herstellen, aber ernsthaft. Das will ich nicht. So. Ich bin der Meinung, die müssen reichen. Die, die wir haben, die müssen einfach reichen. So, das können wir da noch dazu tun. Und schon ist die Steinchenkiste voll. So, wir legen mal ab. Hier. Und hier. Ja, ich denke mal, das passt so. So, so, so. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ach, wie gut. Guck mal, guck mal. So, dann schauen wir mal nach oben. Wegen den Eisenbahnen. Dann haben wir die zumindest fertig eingebaut. Und so, da sind alle drinnen. Vier Mechanikteile. Hier. Oh, ja. Da fehlen noch ein paar. Aber so viel ist das gar nicht mehr, meine Lieben. So viel ist es nicht mehr. Aber ich freue mich. Nächste Folge haben wir es dann durch. Dann wird dann alles fertig. Ich werde zwischen den Folgen einiges vorbereiten. Und ja, dann sage ich mal danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.